Dreh den Herd an und greif in die Lidl-Tüte rein Die ist schwer, man, die ist voll mit tiefgekühlten Fleisch Heute wird lecker gekocht, lecker ist Boss und deshalb ist der schließend Rapper und Koch Komm scheiß auf Döner und alles, ich geb Öl in die Pfanne Und guck währenddessen nach, ob die Fritteuse schon an ist Ich hab mich böse verbrannt, schön an der Hand Bin am stöhnen, doch egal, die Fritteuse ist an Alter, schneid mir die Zippel klein Trag mal die Kräuter, pass auf die Finger auf, sonst hast du nur noch 8 oder 9 Nach nicht im Streuen, Salz in das Wasser Der Kartoffeln macht den Deckel drauf und hofft, dass sie in paar Minuten kochen Hunger, Fresskick, Schmacht und Kohle Auf beiden 2, 5, 7, da schmeckt es fast wie bei Oma Und jetzt wascht ihr die Broten, nimm dir n Teller und friss Nimm dir n Teller und friss